Hallo und herzlich willkommen bei TeeWurst. Heute mit Marlon und Cezo und wir spielen weiter. Ja, warum ohne Facecam? Es ist dunkel, 2 Uhr morgens und ich muss allgemein ein bisschen leiser sprechen, wenn meine Bitwoderin alle schlafen. Ich habe 1000 Gold von Blood Angel bekommen. Dankeschön, da für Blood Angel. Sehr freundlich. Ja, was hat sich geändert? Was ist seit dem letzten Part anders? Eigentlich nichts. Äh, außer vielleicht, dass schon wieder ein bisschen viel Zeit vergangen ist und die Schlotternächte sind. Ähm, zu dem kommt, wir warten auf den Inni, deswegen nehme ich momentan schon auf. Eigentlich sollte der nächste DT aber schon da sein. Ich habe einen Hut gemockt, den Wanderhut. Könnt ihr ja gerne mal googeln. Oder im Aha schauen, der sieht so aus. Finde ich eigentlich ganz nett. Gerade für Cezo passt der ziemlich gut. Dann habe ich noch ein altes Schwert, die Phantomklinge, gemacht. Die hatte ich mir noch in der Classic-Welt, also vor Cutter habe ich ja Cezo angefangen, ähm, damals schmieden lassen und da bin ich sehr stolz drauf. Deswegen habe ich mir den nochmal gemockt. Ähm, jo. So, ansonsten, Klick habe ich komplett rausgenommen. Das war mein Bind-Add-On. Wir nutzen jetzt so wie jeder andere Batender. Und dann geben wir das einfach... Nein, nein, nein. Gehen wir das einfach mal durch. So, die entfernen wir alle komplett. Muss man einfach Escape drauf machen. Nein. So. Nein. Escape, Escape und Escape. Der Rest muss auch weg, weil in Stealth müssen wir die noch etwas anders legen. Das... So. Machen wir jetzt erstmal zurück. Gehen wir mal in die Bank, bis wir ein bisschen Ruhe haben. Vielleicht braucht es auch meine Ruhe. Wir beiden dann nochmal komplett... Nein. Erstmal laden wir noch... Die... Uff, sag ich euch. Wir laden... Ja, ich habe wirklich eine Menge Chars. Wir laden mein Main. Dann haben wir hier ein komplett neues Interface. Das ist einfach wesentlich... Geordneter, sagen wir so. Und deshalb behalten wir das auch gleich. Das habe ich gerade weggepackt. Egal. Jetzt warten wir auf einen Tank. Und eigentlich sollte der auch gleich da sein. Ich quatsche mit einem heißen Brei herum, bevor wir gleich wirklich absolut abstinken im Damage, weil ich mache sowieso keinen. Behalten wir doch mal alles neu. Das ist unwichtig. So, das, so, 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 so. Und so. Das mache ich alles mit der Naga. Ja, das ist schön unkompliziert. Dann machen wir... Uff, wie machen wir denn das? Das würde ich gerne auf G legen. Das packen wir nochmal auf T. Das können wir klicken. Das brauchen wir nicht so oft, beziehungsweise noch nicht. Das legen wir auf Z. Der Kek kommt bei mir auf F. Das kommt auf H. Das ist dann Shift 5. Können wir Shift 5 beinten? Nein. Wir können... Doch, können wir. Nein, können wir nicht. So, das kommt dann auf 1, 2, 3 und 4. Dann kommt das halt auf 5. Und der Rest ist völlig uninteressant. Das ist doppelt gemoppelt. Das haben wir auch doppelt. Das kommt weg. Und das kommt weg. So, jetzt bleibt noch ein letzter, den ich vergessen habe. Das wäre der hier. So, jetzt drücken wir nämlich R. Gehen in Stealth rein. Und alles ist gut. Packen wir nochmal Gifte drauf. Um wenigstens überhaupt mal Schaden zu machen. Okay, Rokko. Nun weiß ich Bescheid. Und dann passt das. Dann stellen wir noch eine kleine andere Sache ein. Ich weiß, es ist jetzt übel zur Konfigurationspart. Aber ich habe gesagt, ich nehme auf. Und darauf habe ich gerade mal Lust. So, nämlich die E-Erfahrungsleiste brauchen wir. Die Rufleiste können wir dementsprechend ausschalten. Mein Main ist 90. Logischerweise hat er deshalb... Haben wir jetzt keinen Heiler. Es fehlt wieder ein D-D. Ich glaube es nicht. Dementsprechend können wir die hier hoch tun. Weil ich mag die so... Da. Und dann ist das klar. So, gehen wir nochmal durch. Warum? Sehr schön. Warum steht da immer noch N3 und N4? Ach, scheiße. Ich weiß nicht, ob wir schon in Indie gegangen sind. Auf jeden Fall müssen wir da sowieso durch. Dachte ich mir, scheiß drauf, machst du die halt jetzt. Und egal wie viel E-P ich vollkriege. Wir machen den Part jetzt mal mit einer netten Indie vorbei. Ich möchte natürlich jeden Part so gut wie möglich es geht... Ähm... Hallo. ...möglichst mit... ...Facecap machen. Einfach weil es ein bisschen stylischer ist und ich sie nicht umsonst gekauft habe. Aber momentan... ...geht's einfach nicht. Es ist zu dunkel. Würde ich das Licht anmachen, wären meine Mitbewohner mal ziemlich stinkig. Gut, dann können wir kurz mal checken, weil der Tank ist kurz rappen. Da haben wir... Whitebeard. Perfekt. So, das ist mit Lego. Jetzt dürfte es stimmig sein. Den haben wir auf G, wenn ich mich nicht irre. Jetzt kann es wahrscheinlich sein, dass ich die gar nicht gebeidet habe. Ne, habe ich nämlich nicht. Na super. Brüder, beseitig diese unverschämten Außenseiter. Alles klar, ich weiß, was passiert ist. Das müssen wir dann gleich nochmal machen. Und zwar habe ich das Profil hier geladen von meinem Main. Und der hat das Ganze nochmal ein bisschen anders eingestellt. Weshalb das jetzt überhaupt nicht mehr funktioniert. Aber das machen wir schon gleich. Ich spiele mal kurz mit Mouth. Guck mal, ob da das geht. Hätte ich genau andersrum machen müssen. Hätte ich genau andersrum machen müssen. So. Das geht schon. Nein. No, 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 no. Ja, ihr könnt mir gerne schreiben, dass ich der größte Vollnab der Welt bin. Aber das ist mir ja irgendwie, Wayne. Nicht, dass ich das nicht wehre, gebe ich gerne zu. Mit Schurkern habe ich einfach null Plan, was ich mache. Aber das ist sowas, das mir dann dementsprechend auch noch nicht passiert. Machen wir ja gleich richtig. So. Und zwar jetzt. Weil wir jetzt gerade mal Zeit haben. So. Jetzt wird nämlich der Boss gepullt. Lass mich Platz für unsere Gäste schaffen. Aber das ist mir scheißegal. Euer Tod erwartet euch. So. Damit wir wenigstens irgendwas machen können. Ich zeige euch. Meine. Ach, na geil. Im Kampf kann man das nicht. Auch nicht schlecht. Was soll's. Das ist alles super scheiße. Oh, Mann. Ich frage mich echt, ob der, ob der das alles gemockt, wahrscheinlich. So, das ist ein ganz einfacher Boss. Der lädt jetzt seine Energie in diesen Drachen auf. Und. Dann seht ihr ja, was passiert. Wir müssen den Drachen umklatschen. Und danach wieder auf den normalen Boss. Und ich hoffe, danach haben wir nur kurz mal Zeit. Weil mich nervt das jetzt tierisch. Ach, halt deine Fresse. Meine Emote nervt mich. Ja, geil. Hier greift den Drachen nicht an. Schön, das ist was. Warum ich smoke bomb macht. Was. Warum ich das mache. Smoke bomb verringert den erlittenen Schaden. Und 20%. Das wissen viele gar nicht. Kann man also mal nutzen. Andererseits kann der Heiler einen nicht ein Target nehmen. Sollte nicht unbedingt ein Break passieren. Aber ist eigentlich kein Problem. Ich gucke gleich mal, ob ich nicht vielleicht sogar zu leise bin. Das wäre dann natürlich auch scheiße. Aber nehmen wir uns einfach mal die Zeit, die wir dafür brauchen. Ich wusste ja nicht, dass das so schrecklich schief gehen kann. Krieger-Buff keine aus der One. Wo wir zwei haben. Das ist ein Schamala. Das ist ein Schamala, der ist aber oben. Oh lord. Ah, komm schon. Thanks. So, jetzt nochmal das Ganze. Und zwar auf Speed Mode. Zerk, zerk. 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 Was? Macht er das jetzt wieder nicht, weil ich im Kampf bin? Das wäre super scheiße. Ne, jetzt geht das. Ah nein, das machen wir weg. Das kommt auf. G, F, Z, U. Jetzt klicken wir. Das machen wir auf. J, H, R, U. R, I. Das dürft sein, wa? Oh, mehr brauchen wir nicht. Mehr brauchen wir schon nicht. Jetzt klappt das auch. Oh, ganz einfach. Man beinigt übrigens nicht die Skills, sondern die Plätze. Wo ist unser Tank? Er spielt jetzt irgendwie da hinten rum. Er hat nicht so Lust drauf weiterzumachen, nehme ich mal an. Aber gut, wir schon. Denn ich brauch die Pillen. Zumindest 10% für ein Part wäre schon nicht schlecht. Aber ich denk mal, ich krieg so 15 bis 20. Damit bin ich auch schon ganz zufrieden, denke ich. So gesehen ist es einfach besser als nichts. Ja, jetzt ist es unspannendisch. Da kriegen sie gute 7k, aber auch ein 12 Millionen EP. Okay. Aber... Naja. Unser Tank ist eingeschlafen. Ja. Und da hat einer gepullt. Gehen wir mal vorsichtshalber. Okay, er hat gepullt. Wir wollen mal nicht so sein und helfen dem Lachen. Aber das ist ja auch nicht schön. Da ist ein Tank. Oops. Unser Tank ist eingepennt. Es ist halt zu spät für ihn. Schauen wir mal, ob wir den ausschließen können. Auf K. Jep. Und instant weg. Jetzt dürfen wir wieder auf den Tank warten. Yeah, geil. und dann nehmen wir den. Schauen wir mal, ob wir das auch ohne schaffen. Könnte hart werden, allerdings. Dann müsst ihr euch zunächst hier mit unserer Störbarkeit Oh, die Klappe. Oh, das geht. Jetzt machen wir das entscheidend ohne Tank. Oh, die Klingelwirbel, deshalb klappt das so furchtbar gut, wie ich das so gerne sage. Aber hey, wir leben noch, das reicht mir. Und ohne Tank kriegt man pro Mob dann ein bisschen besser. Die P, und das ist auch nicht ganz so rübel. Trotzdem werden wir ein bisschen mehr Wachen kommen und Treffer werden nicht schlecht. So. Ihr habt noch viel zu... Sollte einer unterliegen, wird ein anderer sein. Ich weiß, es ist echt boring momentan, aber fällt aber nicht ein, wo man quatschen könnte. Ich bin vom Mob nicht so begeistert, wie ich anfangs dachte. Und deshalb möchte ich nicht unbedingt darüber quatschen jetzt. Alles aus dem, es ist auch Spiele. 22. Ich bin nicht lustlos, aber... Ich darf aber nicht so laut sein. Nimm doch über den Tag auf. Ja, hätte ich machen können. Aber ich war... Ich war nicht motiviert genug und ich will keinen Part machen, der nicht wenigstens mit 3% Motivation beginnt. Was dem Grund... Es ist so, wie es momentan ist. Wir werden jetzt wohl abkacken. Der ist auch im Dagegen. Wir können uns aber immer noch unsichtbar machen. In dem Sinne ist das gar nicht so schlimm alles. Selbsthallung machen wir trotzdem mal lang. Und schau mal, was passiert. Und tschüss. 9000. Mit 9000 überlebend, Alter. Das hätte auch ziemlich in die Hose gehen können. Oh, wir sind hier. So, das ist nur ein Ziel. Also, Energie wieder an. Und tschüss. Oben kommt jetzt der Boss. Ich glaube aber kaum, dass wir den ohne Tank schaffen. Das ist kacke. Diese Annie, übrigens. Weil es gibt keine EP, wenn wir diese Schüler hier töten. Also, wir töten sie ja nicht wirklich. Und das ist das Problem. So, also wir sind jetzt hier in der Annie, weil... Junge, einer, ich muss mal heftig Damage machen. Okay. Ich bin's nicht. Den schaffen wir sicher nicht ohne Tank. Also, wir sind halt hier. Weil das ist auch vom Schar übernommen. So, wie ich das bis jetzt mitgekriegt hab. Ja, wir fahren 20k. Jetzt hab ich vergessen, wo ich ihn raushole. Und der Heil abholt. Ist das herrlich. Jetzt dürfen wir wirklich den Boss tanken. Ist das herrlich. Diese Part ist so ein Fail, boah. Schön durch die Leute kiten. Sehr gut. Oh, das war scheiße nochmal knapp. Der war's nicht. Also, da löst sich halt in zwei so'ne Leute auf. Und insgesamt drei mit dem Original halt. Schießt dann so'ne Torpedos ab. Da muss man halt nicht unbedingt drinstehen. Aber wirklich schwer ist der Boss an sich nicht. Von daher ist, finde ich persönlich, ziemlich casual bedingt. Also, da war tatsächlich Cutter um einiges heftiger. So, aber selbst wenn wir ohne Tanks sind, immerhin geht's einigermaßen voran. Nur gleich wird's sehr problematisch werden. So sehen die Leute, die Mob gar nicht spielen. Wenigstens irgendetwas von Mob. Jetzt krieg ich auch noch ein Schluck auf. Schöne Sache. So, kaputt. Das ist Original. Wo kommst du raus? Die Musik ist ja richtig episch. Das ist mir nicht aufgefallen. Jetzt müssen wir für die letzten paar Meter HT zünden. Das ist so lächerlich. Aber ich denke mal nicht, dass das noch lange Zukunft hat. Parierhaltung. Spunktritt. So lange hat der Boss in meinem Leben noch nicht gehalten, ey. Und da ist er kaputt. Und Platte. Meine Güte. Aber immer ein bisschen die P gab's schon. Nice. Bin ich echt mal gespannt, ob wir da durchkommen. Aber wir dürfen jetzt diese ganzen Ads, die da hinten sind, bis zu dieser Brücke dort zusammenpullen aus irgendeinem Grund. Beziehungsweise irgendwie. Jetzt hab ich ein bisschen Lags. Dann durch das Gebäude. Da ist ein Boss drin. So ein Schar halt. Können wir mal aufhören, Lags. Der lädt grad zu viel. Ich hab eigentlich den Arsch guten Rechner, aber irgendwie hat er grad übelst keinen Bock. Das soll mir egal sein. Ah, Moment. So. Vielleicht ist jetzt besser. Nö. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Finden wir noch einen Tank? Ich denke mal, wir warten noch ein bisschen, aber ohne Tank können wir das einfach nicht durchziehen. Ist natürlich schön, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, aber... Nö. Nö, 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 er geht. So nicht. Ach, was soll's. Das hat keinen Sinn. Uff. Und soviel zu den 20% EP, die wir hinkriegen. Scheiße. Jetzt sind wir erstmal wieder in der Stadt. Mach dir Hilfe. Pack mal Schwerpen wieder zurück. Den Hut, das ist der... Wanderhut der Eule zum Beispiel. Hey, und der heißt beim Trans morgen nur Wanderhut. Ich möchte mal kurz was im Aha gucken. Ich meine, es ist zwar ein bisschen was anderes. Ich mach seit... Was weiß ich wie vielen Parts immer nur das Gleiche. Da ist sowas auch mal, finde ich, ganz nett. Und selbst finde ich... Ihr wolltet doch von mir was sehen. Neben dem Sinne, ich muss erstmal ausfinden, was es mit den Lags auf sich hat. Es ist zu früh, um in die zu gehen. Und es ist zu spät, um großartig zu reden. Was auch letztendlich ein großes Problem war, quasi überhaupt aufzunehmen. Seit ich im Mai in der WG gezogen bin, hat sich viel verändert. Und... Das ist halt ein sehr großer Grund gewesen. Ich sitze jetzt hier quasi in meinem großen Zimmer. Ich hab ein echt großes Zimmer. Aber... Das hat auch tatsächlich keine Zukunft in dem Sinne. Deswegen gucke ich mal in den nächsten Monaten, wie es weitergeht. Let's Plays werden kommen gelegentlich. Ich werde euch da auf Facebook auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Insofern ihr denn die Seite geliked habt. Ansonsten könnt ihr einfach mal so vorbeischauen. Oder Leute fragen. Ansonsten auf Antordidas gibt's die Gilde Bolvors Hunt. Mit dem netten Wappenrock, den ich hier anhab. Da könnt ihr gerne joinen. Ich bin öfter mal im TS. Quatsch da und so'n Kram. Und... Der echt denkbar. Ich bin da schon so ein Lamm. Witziger. Nur momentan ist es einfach... echt schwierig überhaupt aufzunehmen. Nur von daher... Wenn ich echt mal meine eigenen Vierwände hab. Was nicht allzu lange dauert. Gucken wir mal weiter. Aber es gibt Videos. Und ihr seid versorgt. Und wenn ich erst nächstes L90 bin... Dann ist der Teil zu. Da habt ihr Päscher. Alles klar. Gut. Alles klar. So Jungs und Mädels. Dann schlafen wir gut. Schöne gute Nacht. Ich danke fürs Zuschauen. Auch wenn das ein ziemlicher Random-Part vore. Aber immerhin haben wir fast eine Million EP geholt. Und das ist schon mal besser als gar nichts. In dem Sinne logge ich mich mit meinen 800.000 Kilometer blauen Balken hier aus. Und mach weiter, wenn ich Bock hab. Wahrscheinlich morgen. Haut's rein. Tschüssi. Tschüssi.